Es braucht immer einen Entscheiden. Nicht mehr zurück. Es gibt Entscheidungen, wo man einfach nicht mehr zurück kann. Man kann nicht heiraten und gleichzeitig lebend bleiben. Man kann nicht Kinder haben und gleichzeitig keine Kinder haben. Halbe Kinder, nein. Also es braucht gewisse Momente, wo wir einfach entscheiden. Und bei 20'000 Entscheidungen, die mir fehlen pro Tag, sind sehr viel unbewusst. Und nach Muster und auf Autopilot. Das ist auch gut so. Aber je mehr bewusst, dass wir Entscheidungen fehlen, desto mehr Mut braucht es.